Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Life is Strange und ja, beim letzten Mal haben wir Episode 2 abgeschlossen und glücklicherweise Kate vor ihrem Selbstmord gerettet. Und was kommt nach Episode 2? Richtig, Episode 3 und zwar mit dem Untertitel Chaos Theory. Ähm, ja, und wir sehen ja schon drei Fotos, kleine Spoiler, die wir schon am Ende von Episode 2 gesehen haben, wie auch diese Geschichte mit Adam Ende bei Episode 1 und so weiter. Ja, und ich würde sagen, oh, wir sehen sogar auch schon, Spoiler, so, äh, ja, ich würde sagen, bevor wir da, ja, großartig Reden schwingen, fangen wir an, Episode 3, ich bin gespannt. Los geht's. In the previous episodes of Life is Strange... Whoa! ...we call the film Little Pieces of Time. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. We're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody cares. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Carfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I'll be right back. Okay, der Mond. Und wir haben also noch nicht Mittwoch und wir sind auf dem Campus, oder nicht, wo sind wir? Die letzte Episode hat ja morgens angefangen in unserem Zimmer. Und wo sind wir jetzt? Ah, auch wieder in unserem Zimmer und wir sind eingeschlafen am Computer. Wieder eine kleine Recherche, wie es aussieht. Das ist doch der Hase von Kate, oder? Das heißt, wir kümmern uns jetzt wohl um den Hasen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und das war zu schnell wieder weg. Schauen wir mal, ob wir da direkt mal wieder reinschauen können. Uh, wir haben eine Reihe neuer SMS bekommen. Was sagt Chloe denn? Listen, something weird and scary is going on at Blackwell. It's time for us to put the pieces together. Cool? I have something to show you. Meet me in front of the campus. Let's get that ass in gear now. Okay. Good. Um. Mom. Was hat sie? Max, please call us as soon as you can. We are so proud of you for saving this girl. And we want to know how you are. So please get in touch. We love you. Sorry, Mom. I'll call you back in a few minutes. I swear. Dann nochmal SMS. Achso. Thanks for letting me gush over our Blackwell hero. I miss your voice. We are very proud. So milk this moment. Aha. Let us know if you want to come up for a quick getaway. Okay? We love you, Maxine. Maxine. Okay, wir haben aber noch nicht mit ihr telefoniert. Können wir das irgendwie? Ich glaube nicht. Und Warren hat noch was geschrieben. Was will der? Yo, yo, Max. Just had to remind you again how fucking awesome you were today with Kate on the roof. I'll make you a superhero suit on the labs 3D printer. Cool. And you totally earned dinner on me. Along with our escape to a planet of apes. Yes. Call me. Thanks, Warren. I need to rest my cape tonight. Nathan got suspended too. So it all was a good day. I'll call you later. Okay? Wunderbar. Das hört sich doch ganz gut an. Und... Hatten wir nicht irgendwie... Ah. Private number. Keep your smart mouth shut about everything. I'm coming for your ass. No way to sleep. Halt, Moment. Das kennen wir doch schon. Hey, Horf. Feminazis. Will be exterminated. Watch out. Ah, das ist doch Nathan, ne? Wir haben neue Tagebucheinträge. Oh Gott. 38 sind wir inzwischen schon. Ja. Ja. Wie immer. Wer es lesen will, einfach pausieren. Und ich blätter hier währenddessen gemütlich durch. Und... Ja. Ich muss mal schauen, ob ich es irgendwann mal auf Cam alles durchlese. Hm. Also Kate... Äh... Max kann echt gut zeichnen, wie es aussieht. Clips... äh... Sonnenfinsternis hier. Ja. Das ist wunderschöner. Ja, ich habe Kraft, aber Nathan ist aus Kontrolle. Ja. Ok. Moment. Schauen wir erstmal auf welche Musik? Ah, keine Musik. Wie hat Sherlock Holmes alles ohne Internet deduziert? Mit... Logik? Vielleicht. Ja. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. At least the news didn't mention my name. Yet. Oh je. Darüber macht sie sich Gedanken. Sie hat ihr das Leben gerettet. Blackwell Student Attempts Suicide on Campus. Acadia Bay, Oregon. Acadia Bay Online News. Sales Tax Overwhelming. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch was Gutes, oder? Also ich meine, vor Rachel Amber haben wir Elton Kesey, 2001, Melissa Lee Grayson, 1997, Winston Smith, 1984, Sunshine Ray, Real Name Unknown, 1973. 73. Hm. Okay. Ja. Ähm, was soll man noch machen? Ah, das ist doch nett. Get well soon. Sending love to you, Kate. Victoria. Ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen würde. Think of you. We love you. We are all behind you. Hope you feel better. Father Lemon. Was ist, weißen das? Blackwell Bigfoot's promised to win the next game for you. Hm, okay. Aber eigentlich, sie hat 124 Freunde und 223 Subscriber, also... Ja, gut, keine Ahnung, ähm, wie soll ich hier Sachen auf Facebook laufen? Ich bin ja ehrlich gesagt selber nicht bei Facebook. Keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht. Ähm, ich finde Facebook ist eine Zeitverschwendung, aber, ja. Hier haben wir das seine. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Ach, komm. Ist doch eigentlich alles ganz nett. Und... You actually made me proud to be at Blackwell. Bravo, Max. Bravo. Max Power. Eres und Chicadura. 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 Klingt irgendwie Spanisch. Ich kenne kein Spanisch. Ja. Watching you walk down with Kate from that. Roof was the greatest thing I've ever seen in my life. Thank you. Way to make the headlines, Max. You're a hero, Max. Thank you. Oh. Ich weiß jetzt nicht, warum man darüber bestürzt sein sollte. Kate hat mehr Freunde und mehr Subscriber auf Facebook als wir. Ja. Okay. Genug. Sie will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Ja. Äh. Genug von Facebook und Internet und so weiter. Schauen wir uns mal weiter hier um. Was haben wir hier? Unsere Pflanze. Okay. Unsere Pflanze lebt wohl noch. Sehr schön. Ich will ja nicht deine Stimmung irgendwie runterreißen, aber du liegst sowas von falsch. Und eine Sonnenfinsternis hat nichts mit atmosphärischen Geschichten zu tun. Naja. Hey, Bunny. Kate wird bald zurück. Und bis dahin werde ich mit dir caterieren. Everywhere. Wegen der Sonnenfinsternis habe ich mich am Ende der letzten Episode schon ausgiebig, äh, ja, ausgesprochen. Von dem her lasse ich das jetzt mal an der Stelle. Und ja, wir füttern daher lieber mal diesen kleinen Hasen. Haben wir die Lampe schon immer gehabt? Hm. Ja. Brauchen wir nicht. Machen wir aus. Umwelt schonen und so weiter. Äh, ist hier was Neues? Ja, das muss definitiv ein Ende haben. Und es hat mit Nathan zu tun, da bin ich mir sicher. Ja. Eww. Danke für die Bildung, Nathan. Und alle hier denken, Samuel ist ein Creeper? Ja, dieses Bild. Das lag ja in der letzten Episode bei uns auf dem Bett, nachdem wir vom Duschen zurückgekommen sind. Oh, kann ich keine Gitarre spielen? Da können wir auch nichts anschauen. Timetable. Was hat der Stundenplan? Oh, gute Frage. Ja. Achso, wir haben ja noch gar nicht Mittwoch. Wir haben eigentlich noch Dienstag. Unser Bett. Scheibers. Ich bin so freaking tired. Ich kenne mich wie ein Moron. Aber das Krieg ist nicht verlangt. Ich muss auf dieser Untersuchung bleiben. Jo, lass uns zusammen mit Chloe rausfinden, was das auf sich hat. Das ist eine ganze Geschichte. Ja. 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 Noch haben wir Zeit, falls wir unsere Kräfte behalten. Sieht ja aus, als ob wir sie verlieren, beziehungsweise als ob wir sie nicht so viel einsetzen können, wie wir gerne würden. Ähm, bevor wir hier rausgehen, lasst mich mal noch einen kurzen Blick auf die möglichen Fotos werfen. Was ist das? Eine Statue. Ein Eichhörnchen. Fische. Eine Zigarette. Gleich Totenschädel. Ein Vogel mit einer Halskette. Was? Aha. Was ist das? Hm. Noch ein Vogel. Da stehen zwei Personen in... Ist das eine Küche? Hm. Oh Gott, was ist das denn? Das ist eine Flagge, die irgendwo drauf ist. Und eine Ameise mit einer Feder. Hm. Okay. Nichts davon haben wir hier im Zimmer. Also, verlassen wir unser Zimmer mal. Oh. Dunkel. Haben wir eine Taschenlampe dabei? Mhm. Taschenlampe. Sehr schön. Äh. Okay. Smartphone. Auch gut. Was haben wir hier? Da hat jemand eine Nachricht hinterlassen. Was haben wir hier? Ich hoffe, du fern bright wieder. Soon, Kate. Ta... Ta... Tiger tiger burning bright in the forest of the night? What immortal hand... und okay keine ahnung was das heißen soll gut schreiben 34 symmetry blake for kate marsch ja stress mal nicht neuer kommentar ja das frage ich mich war das schon immer da forks we wait for kate irgendwie finde ich das gerade hier so ein bisschen unheimlich kein kommentar kein kommentar kein kommentar aber you go there i am that's a depressing card and it's always about victoria ja wenn sie es nicht gesagt hätte hätte ich es wahrscheinlich in der form irgendwie gesagt oh schaut euch das mal an so mit erst machen sie sich alle über sie lustig und dann schreiben sie alle dass sie sich vermissen und so weiter ja 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 ich kenne das eigentlich auch nur von sag mal irgendwie die musik und dann noch diese atmosphäre hier stand da schon immer da da stand doch also das rote das stand doch nicht immer schon da oder Gute Frage Jupp Da ist eine Tür auf Und hier in den Duschen ist auch auf Und da ist tatsächlich jemand um die Zeit noch wach Wir sind nicht allein Taylor Was gibt's? Hey Max Ich sah dich auf den Rücken und sagte Kate Ich kann nicht glauben, dass sie versucht hat zu schlafen Hm Hm Sie hängt mit Victoria zusammen Das heißt sie hat zumindest eine Teilschuld an der ganzen Geschichte Auf der anderen Seite Ist sie so eine typische Mitläuferin einfach Also Ich glaub nicht, dass sie's böse meint Oh I can I'm just so glad she didn't Are you okay? I'm just like shocked I've never seen anybody try to kill themselves before Me neither I I I I Didn't think you'd be so upset Considering how much shit you and Victoria gave Kate You're the only one who asked me about my mom in the hospital That meant a lot to me I'm my own person too Let me know if you need anything Thanks You're like weird but pretty cool Max Especially after watching you go up on that roof Victoria's wrong about you Now I have to be alone for my nightly anxiety attack Talk to you later Ja Hold to another universe Stand das schon da? Oder ist das Neue? Was haben wir hier? Ja Kate probably won't want to look at these posters when she comes back Ach ja Immer Kate 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 Oh je Die Arme Hoffentlich geht's ihr nach der Behandlung besser Ist da Blühwürmchen draußen? Okay Victoria ist nicht hier Vielleicht werde ich einfach warten und bieten meine Zeit Going through her shed I'm 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 going through her shed